Mein Name ist Henrik Brockmann und ich darf dich recht herzlich begrüßen, auch im Namen der Root-Community Own Your Life zu unserem Root-Quickie Nummer 3. Heute geht es um unser Treueprogramm. Wie kannst du dieses Treueprogramm für dich selber aktivieren? Wie kannst du dich dafür registrieren? Wie kannst du zukünftig mit Prime Geld sparen? Und dazu gehen wir jetzt gemeinsam in mein eigenes Backoffice hinein. Denn das hast du genau so, wie ich es hier habe. Das heißt, du hast dich eingeloggt. Du siehst hier dein eigenes Konto und du siehst hier Root-Prime. Auf der Seite bin ich jetzt gerade drauf. Dort wird nochmal einiges erklärt. Brauchst du dir gar nicht anschauen. Die Vorteile werden auch bei uns im Root-Quickie Nummer 1 erklärt. Wichtig ist, du gehst jetzt einkaufen. Das kannst du hier machen oder du gehst halt einfach direkt in den Shop hinein und das tun wir jetzt. Und in diesem Shop findest du unsere Produkte. Und ich habe gerade schon ein Produkt hinzugefügt. Ich will euch das nochmal ganz kurz erklären. Das ist jetzt Give Me Back My Use und du hast grundsätzlich immer zwei Optionen. Du kannst ein Produkt, wenn ich jetzt hier das Clean Slate sehe, ich kann es in den Warenkorb hineinlegen. Dann sehen wir hier oben rechts den Warenkorb. Ich kann dieses Produkt heute bestellen, bezahlen und es wird mir morgen in meine Richtung geschickt. Das ist die eine Option. Oder aber ich schicke es zu Root-Prime. Ich füge es meinem Treueprogramm hinzu. Das kann ich aber nicht dann heute aktivieren. Ganz wichtige Information. Das verwechseln viele Menschen dort draußen. Entweder du möchtest eine jetzige Bestellung machen, wie bei Amazon oder wo immer du auch online irgendwas bestellst und du packst etwas in den Warenkorb, bezahlst es und es wird rausgeschickt. Oder aber du nutzt Root-Prime, was ja sinnvoll ist für dich, um Geld zu sparen. Und jetzt füge ich dieses Clean Slate auch noch zu meinem Root-Prime hinzu. Und jetzt springt das System automatisch rüber auf Root-Prime. Ihr seht, mein Root-Prime ist jetzt gerade nicht aktiv. Hier sind nochmal die Erklärungen, aber hier sehen wir jetzt die zwei Produkte. Nämlich, dadurch, dass wir es jetzt ins Deutsche übersetzt haben, steht hier sauberer Schiefer. Das ist das Clean Slate und hier ist Give Me Back My News, das Produkt, was ich vorher schon drin hatte. Beide habe ich heute hinzugefügt. Das sind die Preise des Produktes. Hier kann ich meine Rechnungsanschrift, meine Lieferanschrift nochmal verändern und ich kann weitere Artikel hinzufügen, wenn ich das möchte. Einfach hier draufklicken, dann springt das System zurück in den Shop. Ich kann aber auch ein Produkt aufgepasst wieder rausschmeißen. Wenn ich sehe, dieses Clean Slate brauche ich jetzt gerade nicht, dann kann ich hier auf das X draufdrücken, dann verschwindet es wieder. Bitte, jedes Mal, wenn ihr irgendetwas verändert, gebt dem System Zeit, dass es automatisch von selber dir den nächsten Schritt anzeigt. Jetzt habe ich hier meine zwei Produkte, die ich haben möchte. Hier habe ich jetzt mein Bearbeitungsdatum. Wir haben, das sehen wir hier heute, den 21. August. Ich kann also Root Prime frühstmöglich morgen bekommen, frühstmöglich. Ich kann aber auch hier draufklicken und sagen, ich möchte das erst zum 1. September haben. Das heißt, ich ändere hier den September und dann ändere ich hier das Datum. Das heißt, ich bekomme es dann immer am 1. eines Monats, am 1.9., am 1. Oktober und so weiter und so fort. Das entscheidest du. Mache dir Gedanken, welches ist das beste Datum. Lege ein Datum fest und dann tue dir selber den Gefallen. Spiel nicht mehr am Datum rum zukünftig, wenn deine Prime-Bestellungen losgegangen sind, weil das kann nur zu Fehlern führen. Einige dich auf ein Datum. Ich einige mich jetzt auf den 1.9. Und dann sehe ich hier meine zwei Produkte. Ich sehe hier, wenn ich das allererste Mal Prime bestellen würde, würde ich hier den Versand noch sehen. Den sehe ich hier aber nicht, weil bei mir Prime eigentlich dauerhaft läuft. Ich habe es jetzt nur für dieses Video nochmal deaktiviert. Das heißt, du hast ab deiner zweiten Bestellung, wie wir ja schon wissen, kostenlose Lieferung. Dann hast du hier deine Mehrwertsteuer, die kriegen wir nicht raus. Dann hast du hier deine Summe, deinen Betrag. Und jetzt kannst du selber deinem Wallet sagen, wenn du schon selber Provisionen eingesammelt hast in deinem eigenen Wallet oder aber dein Wallet aufgeladen hast über eine Kreditkarte, dann kannst du selber sagen, ich möchte dieses Prime jeden Monat über mein eigenes Wallet bezahlen, also über deine elektronische Geldbörse, die dort bei Root hinterlegt ist. Und jetzt mach bitte eines, mach hier keinen manuellen Betrag ein, also gib hier nicht ein 100 ein, weil dann würde er jetzt 100 abziehen. Das siehst du, mach der automatisch, sondern mach er folgendes. Ich gebe immer 500 ein und du siehst, automatisch übernimmt er den Betrag, der regulär ist. Ich zeige es euch nochmal, ja, ich packe das hier raus, mach 500, ups, sorry, ich mache 500, 500 und automatisch übernimmt er den Betrag, der gefordert ist. Dadurch ist das System flexibel und es passt sich immer deinem Wallet an, weil morgen könnte deinem Wallet schon wieder anders aussehen. Nächsten Monat, vor der nächsten Prime-Bestellung könnte deinem Wallet schon wieder einen anderen Betrag haben, ja. Deswegen nicht einen fixen Betrag eingeben, sondern gib immer mehr ein, gib einfach 500 ein, dann holt er sich automatisch den Rechnungsbetrag hinaus, den er braucht. Wichtig ist dann, deine Auftragssumme ist bei Null. Egal wie du es machst, wenn du gar kein Geld im Wallet hast, spielt gar keine Rolle, du musst immer eines tun, du musst eine Zahlungsmethode hinzufügen. Immer, egal ob du über den Wallet bezahlst oder über Paypal oder über die Kreditkarte, eine Zahlungsmethode muss immer hinzugefügt werden. Und das tue ich jetzt gerade und pausiere in der Zeit mal ganz kurz dieses Video. So, die Kreditkarte habe ich jetzt eingegeben, dann setzen wir hier das Häkchen und gehen jetzt auf Anmelden. Und jetzt arbeitet das System ein wenig im Hintergrund und dann begrüßt es dich. Herzlich Willkommen, dein Prime ist aktiviert. Und jetzt machen wir eine Kontrolle. Wir gehen hier auf Root Prime. Und jetzt sehen wir, jetzt ist es aktiv. Ja, ich hatte jetzt gerade erst zum heutigen Tag meine Prime-Bestellung, deswegen ist jetzt nicht der erste neunte übernommen. Das ändere ich jetzt gleich nochmal für mich persönlich. Aber ihr seht jetzt, es ist alles übernommen. Wichtig ist, dass hier jetzt dein Datum steht. Ja, hier ist es das Datum von heute, nämlich dass du das erste Mal dein Prime heute erstellt hast. Und dann steht hier das Datum, wann deine erste Lieferung ist. Diese Übersetzung ist schlecht, ist falsch. Ja, es ist im Grunde genommen das Datum, an dem es geliefert wird, deine erste Prime-Bestellung. Das ist das Datum, was du selber hier eingegeben hast. Ja, alright. Und das war's. Jetzt hast du deine Prime-Bestellung aktiviert. Das ist wichtig. Hier oben muss aktiv stehen. Ja, und wenn das der Fall ist, dann ist alles gut. Und wenn du irgendwann mal das Light bist, das Prime, dann kündige es einfach hier mit einem Mausklick. Ja, und in einem weiteren Video erkläre ich dir noch, wie du eine Bestellung verändern kannst zukünftig.